hallo liebe fußballfans schön dass sie dabei sind ich begrüße sie zum heutigen spiel auf den kommentatorenplätzen haben wir immer wolfhus und frank buschmann platz genommen und bei uns steht am heutigen tage des viertelfinale im dfp pokal auf dem programm hannover 96 gegen schalke 04 das viertelfinale steht an wolf es wird immer spannender und ich glaube es wird auch immer besser beide müssen heute ihre stärken auf den rasen bringen müssen leistung zeigen das ist eine ganz enge geschichte und so geht die hanoveraner an da wird die anfangsformation der schalker im tor steht ralf fährmann bastiano cipka spielt mit daniel calciuri in der abwehr benito rahman steht im zusammenspiel mit jvgen konobljanka auf dem flügel und im sturm bieten sie nur einen spieler auf und das ist guido burgstaller und jetzt gilt es für diese beiden viertelfinalisten ja wir dürfen gespannt sein wer der beiden hier ins halbfinale im deutschen pokal einziehen wird leonardo bieten kurz voller einsatz schuss geblockt amin arit rahman der ballverlust schalke mit dem einwurf amin arit die vorwärtsbewegung jetzt da kommt die flanke gut aufgepasst so wird das hier nicht gefährlich der reingabe geht darüber an die langen forsten ja sie können erst mal klären und robin koch mittelstellen jordan turuneriga leonardo bittencourt dennis geiger und schöner pass klasse pass jetzt die flanke ganz stark abgewehrt gut dazwischen weg ist der ball mittelstellen baumgarten kor fängt diesen ball ab das sieht durchaus vielversprechend aus da verlieren sie den ball wir sehen das frühe pressing auch ein einwurf kann gefahr bringen sie müssen konzentriert verteidigen auch und chip so platz für die flanke west mckennie kommt jetzt die flanke rein da holt er den ball zurück wenn es jetzt schnell geht damit gefährlich der ball ist weg und die konterschance ist vertan mittelstellen und robin koch was macht er draus blanke bleibt hängen ins ausgeklärt das wird entgegeben so die teams sind auf dem platz noch ein paar worte zum wetter bevor es los geht was soll man da groß sagen ja sagen wir mal die besten bedingungen aber solange der stefer nicht stärker wird dürfte es keine allzu großen probleme geben jetzt kommt die ecke der ball ist weg kommen sie vielleicht noch mal ran und die situation geklärt wir wissen jetzt die 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 Mittelstädt, Jordan Turunariga, die Pässe jetzt, der Ball läuft gut, sie verfallen nicht in Henkling, warten auf die Lücke, warten auf die Chance. Gute Aktion, Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da, das ist noch gefährlich, den Ball kann erklären. Jordan Turunariga, Leonardo Bittencourt, ja, da ist Platz jetzt und jetzt die Chance und so wird das nix, den hält der Torwart natürlich. Ecke in die Mitte, da passt der Torhüter auf, wenn es weg war. Ja, Mann, den Resten McKinney. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Armin Aritz. Ne, da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Da müssen sie mehr draus machen, keine Frage, aus der Distanz, das war eine dicke Chance. Pass zurück zum Torhüter. Klar, die Fans wissen auf Dauer, kann das hier nicht gut gehen, das hätte der Rückstand sein. Jetzt der Ballverlust. Armin Aritz. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Und abgepifft, abseits. Aha, das war knapp. Und zurecht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Mittelstädt. Jordan Turuneriga. Baumgartel. Deniz Geiger. Robin Koch. Jetzt das Anspiel aus dem Flügel. Mittelstädt. Gratulieren Sie den Mann. Klasse Pass. Daniel Caligiuri. Da ist die Hereingabe. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Jetzt Konopdianka. Kommt jetzt die Flanke. Gut abgeblockt. So wird nix aus der Flanke. Gut, Schipka. Energischer Vorstoß. Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. Ecke kommt kurz. Ball draußen. Gibt Abstoß. Er hat sich ja mittlerweile entschieden. Und wird demnächst für den FC Bayern auflaufen. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität. Jordan Turuneriga. Mittelstädt. Ja, Mittelstädt. Sieht gefährlich auch. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Ecke kommt rein. Das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erst mal weg. wieder ein Eckball. Wieder ein Eckball. Und jetzt kommt die Ecke. der Hälter. Der Hälter. Leonardo, bitte kurz. Stark gemacht. Da war mehr drehen, denke ich. Aber geklärt. ist das. Und jetzt kommt der Hälter. Und jetzt kommt der Hälter. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Rahman. Amin Arit. Jetzt vielleicht. Ein klasse Schoß, da hat er ein bisschen Pech, der geht knapp vorbei. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Mittelstädt. Jordan Turunoriga. Korb. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Mittelstädt. Jordan Turunoriga. Korb. Gute Aktion. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Lange Flanke. Er ist noch heiß. Und jetzt ist der Ball geklärt. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Viel mit Auge. Gefährlich. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Ganz stark abgebrochen. Er geht in den Schlafraum. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Er geht in den Schlafraum. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Baumgarten. Mittelstädt. Schöne Zuspiel. Schöne Zuspiel. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Mittelstädt. Mittelstädt. Leonardo Bittencourt. Dennis Geiger. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Jetzt wird es gefährlich. Ungefährlich, aber also den hält er natürlich. West McKennie, Amin Aritz, Burgstaller. Er schirmt den Ball ab. Guido Burgstaller, da ist die Flanke. Können Sie jetzt klären? Ja. Robin Koch. Leonardo Bittencourt. Baumgarten. Paul. Dennis Geiger. Ja. 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 So nah vorm Tor war das für ihn natürlich kein Problem. Er bleibt ganz cool und dann passt das Ding. Hier nochmal dieser Treffer. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Und damit haben wir den ersten Treffer, jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sie verlieren den Ball. Jordan Turunoriga. Schöne Zuspieler. Da erobert er den Ball. Sieht gefährlich aus. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Ecke in die Mitte. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Der hechtet da hin, lässt nichts anbremsen. Ecke kommt in die Mitte. Das sah gefährlicher aus. Aber der Ball ist erst mal weg. Bastiano Cipka. Bastiano Cipka. Glanzparade gehalten. Gefahr erst mal bereinigt nach dieser Hereingabe. Super dazwischen gegangen. Klasse Vorstoß, da müssen Sie auch passen. Ja, könnte was werden. Ball kommt an den langen Pfosten. Ball im Haus, das gibt Ecke. Richtig gute Partie heute von ihm. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. Er geht in den Schlafraum. Da hätte er mehr draus werden können. Seid gut aus. Puschi bislang durchaus brauchbarer erster Durchgang. Scheninger nur knapp hinten. Kurz mal deine Analyse. Schalke muss zulegen, so ein wenig die Bremse lösen. Das kann die Mannschaft. Der Rückstand ist knapp, alles noch drin. Jetzt ist es gefährlich. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Amina Ritz. Konoplianka. Sie suchen die Lücke. Jetzt Konoplianka. Guter Vorstoß daher. Konoplianka. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Die besseren Mannschaft. Werben Sie lavren sich wieder wahen. Die Bremse ist eine Angeble. Auch die Binz Winderm measure quitter sind die Aufs accbuilding. Kurt Sekund wurden die Fallen sich Russland beschädiget. Die Bremse ist eine flo即t. Er war mit einer WM- нем stata im Sturm. West McKennie, Armin Harit. Es gibt Einwurf. Jordan Turunariga, Mittelstädter. Baumgarten, Korn. Das war der Gut. Kali Jury. Sieht ganz an der gelben Karte aus hier. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Der Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Jetzt eingeblendet die nächste Bundesliga-Partie der Gastkinder. Der Schiedsrichter liegt an der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter liegt an der Schiedsrichter. Die Bundesländer liegt an der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter liegt an der Schiedsrichter. Jordan Turunoriga, das ist mal ordentlich. Fünf Minuten Nachspielzeit in diesem Spiel. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt wäre es Zeit für eine Planke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Und weil es so schön war, erneut Ecke. So, Ecke kommt. Jetzt der Vorstoß. Flanke kommt nicht durch. Der Ball kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Weg ist der Ball. Setzt sich da schön durch. Guido Burgstaller. Er blockt die Hereingabe ab. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing abzukommen. Robin Koch. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Kali Jury. Mittelstädt. Jordan Turunoriga. Ja. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Korb. Zur Pause sind sie auf Kurs Halbfinale. Eine wirklich gute Leistung in der ersten Hälfte. Wenn sie das Niveau halten, kommen sie unter die besten vier. auf den Dramatischen Par 때�uckern. alled一點 Knieysteme. Dannει wir tér Tischinne Grad. Das war's schon mal. Dannει wir in den Sprachen. Unterdriftsung der D diagnostic qui Please. Himmels Kiefer Hi October 5oblch. Até immer noch nie dieли. Aber ich muss da jetzt nicht mehr gleichц. Vielen Dank.